Dr. McWheely Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Und hier ist ein neuer Kunde. Ein neues blaues Auto. Was ist dein Auto? An dir ist doch nichts kaputt. Du findest, du siehst langweilig aus? Sollen wir etwas an dir ändern? Hm, lass uns mal überlegen. Wir können ja eine Limousine aus dir machen. Das ist ganz einfach. Schau. So sieht das Auto jetzt aus. Wir schneiden es in der Mitte auseinander. Setzen ein neues Teil ein und verbinden alle Teile wieder miteinander. Und dann, kleines Auto? Bist du eine Limousine? Lass uns anfangen. Als erstes entfernen wir alle Türen. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Wir müssen das Auto in zwei Hälften schneiden. Setz deinen Schweißerhelm auf, Doktor. Und nimm dein Werkzeug zur Hand. Du musst vorsichtig sein, damit nichts passiert. Jetzt heben wir die beiden Teile an. Und ziehen sie auseinander. Jetzt haben wir Platz für das zusätzliche Teil. Runterlassen. Genau so. Jetzt müssen wir alle Teile miteinander verschweißen. Und zwar ordentlich, damit kein Riss entsteht und die Teile nicht auseinanderbrechen. Geschafft. Alle Teile sind jetzt fest aneinander geschweißt. Jetzt kümmern wir uns um das Innere des Wagens. Wir bauen ein Sofa ein. Für die Fahrgäste. Und dann montieren wir wieder die Türen. Super! Unsere Limousine ist fertig. Schau mal, wie lang sie ist. Drehen wir eine Runde. Dem blauen Auto gefällt es, eine Limousine zu sein. Und Doktor McWilli hat's auch Spaß gemacht. Mal sehen, welcher Kunde beim nächsten Mal in die Werkstatt kommt. Untertitelung des Wagens.